Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Jawohl! Taxi, dort müssen wir hin! Keine Vorkommnisse, Sir! Jawohl, Hauptmann! In Ordnung! Bereit für den Transport! Taxi, dort müssen wir hin! Was sind Ihre Befehle? In Ordnung! Jawohl! Taxi, dort müssen wir hin! Verstanden! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Taxi, dort müssen wir hin! Hauptmann! An dieser Position müssen wir raus! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben Verlust der Lenden. Sotentzug einsatzbereit. Lasst mich gerutschen! Ich will an uns, ich will auf mich gehen! Jawohl, Herr Kursant. Machen uns bereit, Herr Kommandant. Wir haben Verlust der Lenden. Drohnt einst an alle. Grundüberprüfung. Kommen. Greif es, Herr Verklass. Jawohl, Herr Kommandant. Indianer Frau ist bereit für den Angriff. Der ist hinüber. Breiter Hauptmann. Bayonette aufpflanzen. Wird schwere Atelier gebracht? Los geht's, Männer. Nimm die Beine in die Hand! Achtung! Sanitäter! Indianer auf 3 Uhr, Oberhalm. Zieh den Arsch anhand! Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Wir müssen hier raus! Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. 2er Zug einsatzbereit. Absetzen, sofort! Halten Sie uns etwa für einen Panzer? Zieh den Arsch anhand! Aufwand! Verdammt! Es hat mich erwischt! Feind direkt vor eigener Stellung. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Jawohl, Kommandant! Alle mal zurück! Ach, es hat mich erwischt! Ach, verdammt! Es hat mich erwischt! Zieh den Arsch anhand! Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann! Wie wäre es mit Trommelfeuer? Wir sind getroffen! Wie wäre es mit Trommelfeuer? Gewonnen aufgequert! Wir stehen unter starkem Beschuss! Wartet auf, Feuerkoordinaten! Wir müssen ausweichen! Zustelle! Verstöre! Hier ist kein Schild von Suchen! Männer! Geht dir nach! Wir laden Ihre Befehle! Ich werde Ihnen zeigen, wie ein preußischer Offizier kämpfen kann! Verdammt! Es hat mich erwischt! Zurückwalt! Verprüf Waffenkomponition! Jawohl, Kommandant! Nur nicht mehr nach! Männer! Hier nach! All mal zurück! Los! Gewall! ません! Stillverkomm vächtel! sucher! hoping! Zieh den Arsch an Hans! Den Fattel liegt bereit. Der ist in den Überall. Los geht's Männer! Wiederholen. Wachsam bleiben. Ich höre, Herr Aufkopf. Lanza zu Stelle. Los geht's Männer! Sota-Zug einsatzbereit. Die Gruppe erwartet die Befehle. Ach, das war's! Ob stirbt oder schneit. Lanza zu Stelle. Wir können nicht mehr. Wir ziehen unter Wüstung! Wir begrüßen Waffen und Munition. Fettigmachen zum Sprung. Wir galgen gleich. Wir ziehen den Arsch an Hans! Wir ziehen den Arsch an Hans! Jawohl, Kommandant! Schießdruppe! 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 Ja, und wir sind die Befehle. Wohn. Wartet auf euer Koordinaten! Seid vorsichtig, Kameraden. Aber die Befehle. Wir wurden aufgeklärt. Jawohl. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Wahre Gefechtsgeschwindigkeit. Wir wurden getroffen. Maßbereitschaft hergestellt. Wir sind getroffen. товарищ, nicht streich. Also ausschau nach feindlichen Flugzeugen. Wir brechen auf. Hauptmann, Feuerbereitschaft hergestellt. Jawohl, Hauptmann. Da standen. Aufspüren und vernichten. Wir sind hier ein leichter Befehl. Was sind Ihre Befehle? Zu Befehl. Hörst du! Hörst du! Roteis an alle. Funküberprüfung. Kommen! Sieh Truppe. Sieh Truppe! Befeind. Befeind. Belehr. Belehr. Befeind direkt für eigene Stellung. Sieh Truppe. Sieh Truppe. Sieh Truppe. Wir wurden getroffen! Jawohl, Hauptmann! Zu Befehl! Achtung! Rückwärts, Marsch! Front und weit! Der Brenn fließt an uns! Wir haben Ausfälle in unseren Reihen! Jawohl, Hauptmann! Wir haben Ausfälle in unseren Reihen! Fertigmachen, Männer! Geschütz wird bewegt, Herr Kommandant! Zielkoordinaten, Kommandant! Absetzen, sofort! Vollgas, raus! Mehr Feuerkraft gefällig! Road 6, Kampf bereit! Mehr Verlust erleden! Indianer auf 3 Uhr, Oberhalm! Das ist nicht mehr auszuhalten! Mehr Feuerkraft gefällig? Ich höre! Zurück! Und zwar langsam! Geschützbereiter, Kommandant! Wird gemacht! Höre Sie klar und deutlich! Panzer, Halt! Wir sind getroffen! Jawohl, Herr Kommandant! Wider Freund noch Feind! Nur lohnende Ziele! Geschützbereiter, Kommandant! Ziel vernichtet! Wir sind jetzt! Braucht jemand Munition? Braucht jemand Munition? Versorgung kann eingeleitet werden. Anhalten, wir warten hier. Einsatz bereit. Versorgung kann eingeleitet werden. Einsatz auf der Stelle. Feuer bereit. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Keine Vorkommnisse. Ich werde Ihnen zeigen, wie ein preußischer Offizier kämpfen kann. Taxi bereit. Wachsam bleiben. Wollen Sie mitfahren? Absitzen, sofort. Sie wünschen, Rauchmann. Verdammt, es hat mich erwischt. 10 Grad nach oben. Feuer. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Scheiße, das war knapp. Was sind Ihre Befehle? Ich befolge nur Befehle. Ich werde Ihnen zeigen, wie ein preußischer Offizier kämpfen kann. Zieh den Arsch an Hans. Jetzt. Zur Stelle. Ah, es hat mich erwischt! Jawohl, Herr Hauptmann. Jawohl, Herr Hauptmann. Es hat Unteroffizier 2 erwischt. Jawohl, Herr Hauptmann. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Pack zur Stelle. Sanitäter! Unterbleiben! Kameraden, das war's. Wir wurden aufgerehrt! Wir wurden aufgerehrt! Wir wurden aufgerehrt! Hat jemand ein Taxi bestellt? Wir schaffen es nicht! Runde 1 an alle! Funküberprüfung! Kommen! Absitzen! Sofort! Wir sind bereit, Herr Kommandant! Es sind bereit, Herr Kommandantantin! Bereit für den Triffbord! Absitzen! Sofort! Fettig machen zum Sprung, wir geißen gleich! Wir haben Ausfall in unseren Rhein! Sie wünschen auch mal. Indianer auf 3 Uhr rüberhalten. Verwärtser! Verwärtser! Lass mich raus! Ich will da raus, Mann! Lass mich gehen! Aufmann, die Punkte erreicht. Ich hoffe es euch. Haha, das hat gesessen. Wie laufen Ihre Befehle? Wie laufen Ihre Befehle? Wie lauten Ihre Befehle? Jawohl, Kommandant! Jawohl, Kommandant! Indianer auf 3 Uhr rüberhalten. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Sanitäter! Marionette aufpflanzen. Was können wir für Sie tun? Abmarsch, Männer! Ziel vernichtet! Zieh den Arsch an Hans! Halte Ausschau nach feindlichen Flugzeugen! Na klar! Das ist in der Fall! Der Arm ist in der Fall! Das ist in der Fall! Ausgerichtet. Hat niemand ein Tag für die Bestellung? Vorwärts, aber schließt die Flanken. Lanza zur Stelle. Unterbleiben! Erwarten Ihre Befehle. Jawohl, Herr Hauptmann! Sanitär! Wir müssen hier raus! Fertigmachen, Männer! Wie lauten Ihre Befehle, Hauptmann? Jawohl! Jawohl, Herr Hauptmann! Jawohl, Herr Hauptmann!